Der neue VLC 300 von Wolfkraft. Ein Gerät für Laminat und Vinyl. Der VLC 300 eignet sich für alle Laminatarten bis 11 mm Stärke und 470 mm Breite. Einfach im Handling. Schnell und präzise im Schnitt. So lassen sich im Handumdrehen Laminatdielen im 90-Grad-Winkel kürzen. Mitunter ist Feinarbeit beim Verlegen erforderlich. Auch hier überzeugt der VLC 300 durch saubere Schnitte. Durch Drehen des integrierten Anschlags können Ihre Paneele außerdem exakt im 45-Grad-Winkel gekürzt werden. Die verschleißfreie und antihaftbeschichtete Klinge arbeitet dabei stets sauber und leichtgängig. Wird der Anschlag komplett abmontiert, sind darüber hinaus jederzeit beliebige Winkelschnitte möglich. Der VLC 300 überzeugt durch kompakte Bauweise und gleichzeitig festen Stand. So können auch Längsschnitte von Laminatdielen zuverlässig durchgeführt werden. Auch bei neuen, wasserresistenten Vinyldielen aus Kunststoff erweist sich der VLC 300 als überzeugende Verlegehilfe. So können sowohl selbstklebende als auch Klickvinyldielen und Vinylfliesen bis 6 mm starke und 470 mm Breite geschnitten werden. Dank der hochwertigen integrierten Aluschneidleisten wird jetzt sogar das perfekte Schneiden von Vinyldielen möglich, ganz ohne mühsames Anritzen. Die spezielle Antihaftbeschichtung der Klinge verhindert ein Verkleben und sorgt auch hier für präzise Schnittergebnisse. Bei 90-Grad-Schnitten ebenso wie bei beliebigen Winkelschnitten. So ist Ihr Bad oder Ihre Küche schnell mit Vinyldielen verlegt und ab sofort vor Wasserschäden geschützt. Mit dem Längsanschlag können zudem 50 mm breite Vinylstreifen für Teppichsockelleisten zugeschnitten werden. So können Sie all Ihre Verlegearbeiten mit nur einem Gerät realisieren. Schnelle Verlegearbeiten und makellose Ergebnisse. Der neue VLC 300 für Laminat und Vinyl. Von Wolfkraft.